Wir können hier noch stundenlang spielen, aber wir müssen los! Oh, guck mal hier hinten die Fahne! Apropos, in der Mitte hängt auch was Schönes, und zwar, wir machen dieses Jahr eine große Party, also eigentlich zwei sogar, und zwar in Dresdiener Ballsport-Arena und in Chemnitz in der Stadthalle, das ist ja von euch aus hier auch nicht so weit. Wenn ihr also herbeikommen wollt, wir haben ein paar lustige Gäste eingeladen, am 9. und 10. und 11. die große Feierburtstag, die sich dadurch ausweichelt, dass sie wesentlich größer ist als die kleine Feierburtstag. Deswegen könnt ihr das auch nur zweimal machen. Also, große Feierburtstag. Jetzt müssen wir wirklich so langsam weil, nämlich morgen, wenn ihr mal die Fahnen anguckt, RSA, hat ja morgen ein großes Festival in Schwarzenberg. Und das ist ausverkauft. Hat von euch jemand Karten? Karten für Schwarzenberg jemand? Drei, Viere. Also, der Rest kann nicht kommen. Und das ist ja eine Party, wenn ihr noch nie da wart, da spielen ganz bekannte, berühmte Bands. Und zwar ganz viele an einem Abend. Das lohnt sich immer. Also, wir empfehlen wirklich, seid doch mal dabei. Wir fahren da jedes Jahr hin. Und auch morgen wieder tolle Acts. Zum Beispiel Kim Wild morgen. Die Schwester von Gina Wild. Und Bands wie Showwadiwadi Hot Chocolate sind morgen alle mit dabei. Alle mit dabei. Und wir auch. Deswegen müssen wir jetzt so langsam. Aber wir wollen euch mal einen kleinen Eindruck vermitteln, wie das ist beim großen Festival in Schwarzenberg. Ganz viel Musik in kurzer Zeit. Das machen wir jetzt auch. Natürlich nur, wenn Leipzig bereit ist und noch wirklich ein bisschen Lust hat. Also, wie sieht's aus Leipzig? Alle mit dabei. Also, wie sieht's aus Leipzig? Alle mit dabei. 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 Musik Musik